Amazon Einkaufswagen fällt, die ärmersten Buybox. In diesem Video geht es um ein paar Fakten. Was dazu wirklich zu wissen ist, denn es heißt oft, man kann die Buybox nur mit dem billigsten Preis bekommen. Oder neue Verkäufer kriegen die Buybox, generell in den 90 Tagen eh nie. Was ist dran an solchen Pauschalaussagen und gibt es wirklich eine Formel, mit der man das Ganze nachhaltig beeinflussen, sprich in die Buybox gelangen kann? Ich kann dir so viel sagen, wir haben hier Fakten mitgebracht, die sehr rar draußen sind, denn meistens ist es Spekulation. Deswegen ist es sehr spannend, was genau du tun kannst, wenn du in dieses Einkaufswagen fällt, in die Buybox von Amazon mit deinem Angebot kommen möchtest. Du machst Dropshipping und du machst Dropshipping auf Amazon und da ist es natürlich wichtig, wenn du bei Amazon verkaufen möchtest, dass du natürlich in das Einkaufswagenfältchen kommst. Gerade als neuer Verkäufer, als neuer Dropshipper hat man es da nicht leicht, egal auf welcher Plattform man startet, aber gerade auch bei Amazon. Und Fakt ist nun mal auch, wenn man nicht in dieser Buybox ist, so heißt nämlich dieses Einkaufswagen fällt, dann verkauft man eigentlich so gefühlt gar nichts. Das liegt ein bisschen daran, dass Amazon das dann einem ein bisschen schwer macht, aus Kundensicht dein Angebot zu finden und am Ende auch bei dir zu kaufen. Man klickt sich dann lange, lange durch auf dieses Angebot von diesem Verkäufer, schaut sich das an und klickt nochmal, nochmal, bis man am Ende irgendwann vielleicht kauft. Es ist also nicht ganz so, dass man per One-Click bestellen kann, aber genau dieses Ping-Wagenkorb oder Ping-Sofort kaufen, das ist nämlich genau das, was Amazon eigentlich ausmacht mit diesem One-Click-Buy. Und nun ja, das funktioniert eben nur, wenn du in der Buybox bist. Daher stellt man sich schon sehr gut die Frage, wie komme ich nun da rein? Und natürlich gibt es auch Repricing-Software, die sorgt dafür, dass deine Preise am Markt bei Amazon permanent nachjustiert werden, um eben die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du in diese Buybox gelangst. Im Prinzip klingt das alles super stimmig und macht auch alle Sinn. Und es gibt viele Mythen oder auch Aussagen und auch tatsächlich Beobachtungen von Händlern da draußen, was da alles zusammenkommt. Natürlich der Preis. Und da heißt es auch gleich oft, ja, also nur wenn ich den billigsten Preis habe, dann bin ich in dieser Buybox. Nehmen wir es direkt vorweg, das ist Bullshit. Warum, weshalb? Gibt es gleich. Also, ihr müsst wissen, was wir jetzt hier besprechen, das ist eine Forschungsgrundlage. Das Ganze ist auch zum Nachlesen hier nochmal verlinkt. Also es haben wir jetzt nicht aus dem Finger gezogen, es sind tatsächlich die Fakten. Und da kommt eben auch dazu, dass noch weitere Faktoren von Verkäufern beobachtet werden, die neben diesem Preis auch wichtig sind. Das ist natürlich einmal das Produktfeedback selbst, dann das Feedback von dir als Verkäufer. Die Reaktionszeit, also wir wissen ja, Amazon mag es in 24 Stunden auch am Wochenende, dass wir dem Verkäufer, also Verkäufer sich antworten, dem Käufer. Also immer, auch wenn es Feiertage sind, auch wenn Weihnachten ist, egal was. Ja, also im Prinzip immer 24 Stunden, also die Reaktionszeit. Natürlich auch die Versandzeit. Auch da haben wir selbst schon Testings gemacht. Ist das Produkt verhältnismäßig überdurchschnittlich mit einer langen Lieferzeit belegt, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, diese Buybox zu kriegen, ja doch erheblich. Das heißt, diese pünktliche Lieferung darüber hinaus ist dann der nächste Punkt. Auch wenn ich eine kurze Lieferzeit angebe, sagen wir, ich liefere innerhalb von einem Tag und es sind aber dann am Ende vier Tage und in dem Verkäufer Feedbacks, in den Detailrates ist es eben so, dass die pünktliche Lieferung immer schlecht geratet wird. Dann sinkt die Wahrscheinlichkeit nach den Beobachtungen draußen, dass man in die Buybox gelangt. Das heißt, es ist nicht nur die Lieferzeit, das Lieferversprechen, sondern erstes Learning auch schon mal die tatsächliche Lieferzeit, die draußen gehalten wird. Und das ist zum Beispiel auch was, dieser Fakt wird eigentlich in keiner Diskussion groß erwähnt. Zumindest ging es immer an mir bislang vorbei, deswegen teile ich diese Information jetzt bei dir. Nun, wir schauen aber jetzt mal detailliert ein bisschen rein. Nehmen wir mal vielleicht Bestseller-Produkte. Also Produkte, die sich wirklich gut verkaufen und die haben auch diesen Bestseller-Badge. Es geht jetzt nicht darum, ob das gerechtfertigt ist, dass sie so gekennzeichnet sind oder nicht. Da ist es ja immer so ein bisschen Amazon-Hausrecht, die kennzeichnet eh immer Gott und die Welt. Aber wir sprechen einfach von diesen Bestseller-Produkten. Davon ist es so, knapp ein Drittel, über 31 Prozent genauer. Dieser Bestseller-Produkte haben einen gleichbleibenden Preis. Und nur für die anderen, also rund über 60 Prozent, haben wir eine Dynamik drin. Das heißt, im Prinzip ist es schon zweierlei festzustellen. Es gibt einerseits Leute, die die Buybox haben mit einem konstanten Preis. Es gibt aber einen sehr großen Teil, die diese Buybox kriegen aufgrund dynamischer Preise, also Preisanpassungen. Und das können mitunter mehrere hunderte von Preisanpassungen pro Tag sein. Es gibt ja auch Tools, die diversen, die dann zwischen mehreren Sekunden und mehreren Minuten pro Minute eben diese Anpassung machen. Und schauen, okay, wie ist denn jetzt der Preis im Verhältnis zum Wettbewerb oder im Verhältnis zu Amazon direkt oder wie auch immer. Da kommen wir auch gleich noch ein bisschen dazu, was diese Preisstrategien am Ende wirklich für Auswirkungen haben, ob ich diese Buybox kriege oder am Ende nicht. Was aber jetzt man eben schon sagen kann, dass rund 60 Prozent sehr guter Verkäufer, Top-Verkäufer im Hinblick auf das Gesamtrating diese Buybox haben. Das heißt aber auch, es bleibt Spielraum, nämlich satte 40 Prozent. Das heißt, du musst nicht der beste Top-Verkäufer sein. Das heißt, du musst nicht overrated sein. Du musst nicht überdurchschnittlich schnell liefern. Du musst nicht die krasseste Lieferzeit haben. Du musst nicht der eben Top-Verkäufer sein mit den richtig langen Historien. Das zählt eben auch dazu, dass du Neuverkäufer, neuer Seller bei Amazon sein kannst. Das heißt, Fakt ist, dass rund 40 Prozent der Gesamt-Buyboxes auch an diese Nicht-Top-Verkäufer vergeben werden. Und das ist schon, finde ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, denn die ist genau entgegengesetzt von dem, was eigentlich draußen immer so erzählt wird. Also das, finde ich, ist auch eine gute Motivation, gerade wenn du mit Dropstreaming, mit dem Handel auf Plattformen wie Amazon startest, finde ich, ist das etwas, wo uns wirklich in die Karten spielt. Gut, so viel zu dem Thema. Es gab diesen Beobachtungszeitraum von dieser Studie, da gab es eben von diesem Forscherteam verschiedene Theorien, die man geprüft hat. Zum Beispiel, ich habe es ja schon angekündigt, im Hinblick auf Preisstrategien. Da ging es zum Beispiel darum, dass man sagt, okay, wenn ich den niedrigsten Preis habe, ich habe 100 Prozent den niedrigsten Preis, habe ich dann immer, nämlich auch so 100 Prozent, die Buybox. Und wie schon gesagt, das ist nicht so. Jetzt ist es tatsächlich so, wenn du den günstigsten Preis hast, hast du die zu 50 bis 60 Prozent der Fälle, diese Buybox. Das bedeutet aber auch, dass du 40 bis 50 Prozent, also das nicht hast. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Erkenntnis. Das heißt, es ist nicht immer nur der günstigste Preis, der die Buybox bringt. Es ist nicht immer so, dass nur der Top-Geratete und deswegen neue Verkäufer keine Chance darauf haben, die Buybox zu gewinnen. Das ist faktisch nicht so. Und das ist nämlich genau das, du solltest deswegen anfangen, dort zu verkaufen. Du solltest dich mit den Algorithmen auseinandersetzen. Natürlich macht es auch Sinn, das Angebot bei Amazon zu optimieren, Titelbeschreibungen zu optimieren, bessere Bulletpoints einzuarbeiten, sofern es in der Kategorie Bulletpoints gibt. Das heißt, in die Angebote, in die Feed-Qualität zu investieren, generell macht natürlich dann darüber hinaus nochmal Sinn. Denn wir selber haben auch festgestellt, es bringt dir nicht immer was, nur weil du die Buybox hast. Am Ende muss der Kunde ja trotzdem auch kaufen. Und das tut er nach unseren eigenen Beobachtungen eben immer dann oder vor allem dann, wenn das Gesamterscheinungsbild, also das Bild, die Bildwelten, die du hast, der Titel, gegebenenfalls die Bulletpoints bis hin zur Beschreibung, wenn das eben auch stimmig und informativ und vor allen Dingen nutzenorientiert ist. Das ist also ganz, ganz wichtig. Ich habe euch deswegen hier von unserer Video-on-Demand-Plattform noch einmal ein paar Tipps auch hier unterhalb unter dieses Video verlinkt, wo ihr weitere Videos findet, wie ihr euren perfekten Datenfeed bei Amazon optimieren könnt. Das ist wirklich sehr entscheidend, denn die meisten, das ist nämlich das, sehen dann nur, okay, ich habe die Buybox. Und auch zu so und so viel Prozent, das ist übrigens ganz spannend, ihr seht bei Amazon in euren Verkäuferberichten potenzial für die Produkte von euch, zu wie viel Prozent ihr die Buybox habt. Das seht ihr in diesen Berichten, das ist kostenfrei, das könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Und by the way, wir können natürlich, wenn wir die Buybox haben, auch Ads draufschalten bei Amazon. Ihr könnt Werbung schalten, aber es gilt die Faustregel, wenn dein Angebot nicht optimiert ist, was ich gerade sagte, Datenfeedmanagement, wenn das nicht betrieben wurde, wenn du nicht die bestmögliche Beschreibung zumindestens probiert hast, man muss das so relativieren, weil bei Amazon hast du nicht die Garantie, nur weil du den Titel änderst, dass der dann auch ausgespielt wird. Das ist ein bisschen so wie bei SEO, du kannst viel Liebe in deine Seite reinstecken, ob es Google anerkennt, im Sinne von honoriert, dich besser rankt, man weiß es natürlich im Vorfeld nicht, aber du solltest zumindestens das probiert haben. Den Fakt ist, für die Sponsored-Postings, die du machen kannst bei Amazon, geht das Ganze nur auf, also du wirst nur ausgespielt oder die Werbung wird nur anerkannt, wie auch immer, sobald eben diese Buybox da ist. Das heißt, diese Buybox zu kriegen, das ist das eigentliche Thema des Videos, das ist die Mindestanforderung A, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden bei dir kaufen, nämlich steigt und zum anderen natürlich auch, dass du, wenn du Werbung machen wolltest, dich dafür überhaupt qualifizieren kannst. Also deswegen sollte die Gesamtbemühung schon immer darauf abzielen, eine möglichst hohe prozentuale Beteiligung an dieser Buybox, an diesem Einkaufswagenfeld zu haben. Und wie gesagt, in deinen Verkäuferberichten kannst du genau nachlesen, für dein Angebot im Speziellen, zu wie viel Prozent das aktuell der Fall ist. Man muss auch wissen, bei diesen Faktoren, die wir vorhin besprochen haben, die zur Gewichtung dann beitragen, ob ich jetzt die Buybox kriege oder nicht, ob es der günstigste Preis ist, der teuerste Preis oder so, da gibt es eben auch diese Preisregeln, die kommen immer dann zum Tragen, wenn ihr diese Repricing-Software, da gibt es relativ viele am Markt, aber wenn ihr solche Repricing-Software einsetzt, da gibt es Preisstrategien, die zum Beispiel sagt, wir haben Preisdifferenzen, also Preisabstände, zum Beispiel, wir nehmen ein Wert X, sagen wir 10 Cent als Preisabstand zu dem günstigsten Angebot oder eben auch zu 10 Cent, 1 Euro, whatever, das kommt ein bisschen auf die Kategorie drauf an, aber diese Price Difference to the lowest, das ist eine Formel, die eigentlich jedes Pricing-Tool kann und das ist auch was, was dann eben sehr oft Anwendung findet, deswegen hat man auch geschaut, bringt das am Ende etwas oder es gibt eben auch die Preisrelation in einem Verhältnis, also man hat zum Beispiel geschaut, okay, wenn jetzt die Werte zwischen 36 und 33 Cent variieren, mache ihr in der Konkurrenz, sagen wir, also effektiv 3 Cent für Differenz haben, genügend 3 Cent, um die Bei-Bucks zu kriegen und das ist tatsächlich sehr spannend, denn es gibt ja auch noch Leute, die machen kein Dropshipping, nutzen Amazon FBA und gerade da hat man dann geschaut, dass diese kleinen Diskrepanzen, dieser Vorteil, wenn man diese Preisstrategie hat, ich möchte immer zum niedrigsten ranken, wenn ich das einstelle und ich nutze dann noch FBA, dann wird das gerade mal mit 0,02 berücksichtigt, das heißt diese Gewichtung, ob es relevant ist oder nicht, die liegt ausschließlich daran, dass eben nicht Prime-Mitglieder, da sind wir in der Regel als Dropshipper, im Prinzip keine große Rolle auf dieses Angebot von Amazon FBA spielen, das heißt mit anderen Worten, FBA zu machen ist eine Sache für sich, wenn wir Dropshipping machen, können wir ja auch uns Prime zertifizieren als Dropshipper, indem wir eben das selber machen, es gibt ja Prime durch Verkäufer, das heißt du kannst dich als Prime durch Verkäufer genauso qualifizieren, wie wenn du FBA machst, das würde keinen Unterschied machen, für den Kunden ist es ein Prime-Produkt, du kannst, egal ob du Prime-Produkte hast als Dropshipper oder als FBAler oder ob du es nicht hast, diese Preisstrategie anbinden, dass wir immer den günstigsten unterbieten, aber so in der Gesamtheit ist der Gesamtwert nicht überdurchschnittlich, also ich hätte persönlich erwartet, dass es dann irgendwie einen krassen Push gibt, so einen richtigen Drive nach vorne gibt an der Stelle nicht, es ist also auch kein Schaden, wenn du es hast, weil viele Kunden aus Kundensicht lieben Prime-Angebote, aber aus Sicht des Buyboxing ist es jetzt nicht der ultimative Kick an Booster, ich glaube mich selber ein bisschen so dran zu erinnern, dass es früher einen größeren Push gab, inzwischen ist es da anscheinend ein bisschen relativiert, ich gebe zu, das hat mich selber ein Stück weit überreicht. Fakt ist vielleicht auch ganz spannend draußen, die meistgenutzte Preisstrategie ist, dass wir den niedrigsten, beziehungsweise den zweitniedrigsten Preis gegenüber Amazon anpeilen, das heißt man hat jetzt nicht unbedingt immer den Wettbewerb im Allgemeinen, im Benchmark, sondern eben wirklichen Bezug auf Amazon und das ist natürlich auch hier nur, by the way, eine Möglichkeit, das zeigt auch, ihr legt euch, also mit dieser Preisstrategie ja zwangsläufig mit Amazon als Giganten an, das würde ich persönlich so generell nie handhaben, deswegen setze ich ja als Dropshipper auf das Longtail-Sortiment, das heißt wir gehen in die Breite, ich würde deswegen diese Strategie persönlich nie teilen und das wisst ihr auch, nicht weil sie falsch ist, sondern weil ich sage, wir werden mit Dropshipping, wo wir generell bescheidene Einkaufskonditionen haben, sehr schwer bis eigentlich unmöglich haben, gegen Amazon-Ansuch gelangen und deswegen würde ich immer ein Longtail-Sortiment nehmen, das heißt ich würde solche Produkte placen, die noch gar nicht auf Amazon da sind oder die eben einen sehr schwachen Wettbewerb haben, wenn Amazon ein Produkt verkauft, ist das alles andere als schwach, ist das in der Regel das Todesurteil für dich selber. Ich verstehe deswegen, dass man das Repricing, wenn man eine solche Software nutzt, so einstellt, dass man sagt, okay, wir benchmarken uns mit dem Platz hier schon, das macht so gesehen natürlich Sinn, dass man sagt, wir möchten der niedrigste Preis sein oder auch vielleicht der zweitniedrigste, also direkt das Angebot hinter Amazon haben, das macht dann so gesehen Sinn und ihr werdet lachen, warum das so ist, die meisten machen das nach meiner Beobachtung deswegen. Amazon wird euch die Buybox geben, selbst wenn ihr eben der zweitniedrigste Preis seid, das ist ganz spannend zu wissen und selbst wenn die eben selber, das ist ja die logische Schlussfolgerung davon, selbst billiger verkaufen würden. Trotzdem würden sie dir die Buybox geben, den Vortritt geben und würden sich selbst die Buybox entziehen. Das klingt erstmal kontraproduktiv, ist es aber aus Sicht von Amazon gar nicht. Denn an der Verkaufsprovision, die im Durchschnitt bei 15% und gerne mehr liegt, wenn ihr genau nachrechnet, sind es nämlich faktisch aufgrund Luxemburg nicht seit ein 8,5% circa. Worauf ich aber hinaus will ist, genau diese Spanne, diese Roundabout 15-20% Spanne, die ermöglicht es nämlich Amazon zu sagen, halt mal, an dem Produkt selber verdienen wir vielleicht, als Beispiel 4%, wenn wir es aber dichter draußen verkaufen lassen, als Dropshippet, dann haben wir damit selber null Arbeit und wir verdienen sogar noch effektiv 10 oder 15% mehr Marge und wir haben damit keine Arbeit an diesen Marktplatzgebühren. Und deswegen geht grundsätzlich diese Strategie insofern dann doch auf und das erklärt auch, dass es nicht eben immer der günstigste ist, der die Buybox kriegt. Also nicht einmal Amazon selber bevorzugt sich da immer. Das ist eine Grundbeobachtung, die von Leuten getroffen wird, die wenig oder keine Ahnung da draußen haben, die dann sagen, ja, Amazon gibt sich immer selber die Buybox. Das ist Bullshit. Weil einfach nur deswegen, wie ich gerade erklärt habe, Amazon das immer nach meiner Beobachtung den Leuten gibt, die für Amazon aus wirtschaftlicher Sicht am besten sind. Ein Stück weit hat das sogar Amazon jetzt in dieser Corona-Pandemie öffentlich gemacht. Das ging nur wieder bei vielen auch vorbei. Nämlich, die haben ja selber auch geschrieben, dass sie selber, ihr habt vielleicht mitbekommen, auch zum Muttertag, zu diesem saisonalen Highlight eigentlich, selbst gar keine Werbung gefahren haben. Das ging aufgrund der Lockdowns so weit, dass in manchen Places, auch hier bei uns in Spanien, auf der Startseite gar keinerlei Angebote mehr angeboten wurden von Amazon selber, sondern nur noch irgendwelche Digital-Produkte. Also, da wurden sehr viele Filme, Hörbücher, Kindle, solche Dinge wurden gepostet, aber keine physischen Versandprodukte. Das spielte genau dahin, dass Amazon sogar in der Pressemeldung mitgeteilt hat, hat gesagt, okay, wir geben den Händlern, also dir da draußen als Dropshipper im Endeffekt, wir geben euch eine bessere Möglichkeit zur Positionierung der Buybox. Das hat man deswegen gemacht, weil die eigene Lage aufgrund dieser ganzen Corona-Geschichte und dieser Pandemie vor dem Kollaps waren. Sie wurden ja teilweise wie in Frankreich auch komplett geclosed. Es ging gar nichts mehr. Und da hat Amazon gesagt, naja gut, wir sind zwar irgendwie nicht mehr in der Lage zu handeln, so wirklich, aber hey, die Verkäufer, die schieben wir einfach vor. Wenn die eine Lösung haben, super, dann sollen doch die das Geschäft machen und wir kassieren die Provision in so einer Krise. Und das ist auch mit ein Grund, warum Amazon so durch die Decke ging, so souverän durch diese ganze Krise. Das ist Longtail-Business, weil wir draußen, wir Händler, wir kleine Händler im Verhältnis, wir kompensieren das und halten das ganze Rad am Laufen. So läuft das Business. Nur das ist den meisten so gesehen gar nicht klar, aber das erklärt eben auch, warum Amazon nicht immer unbedingt selber die Buybox haben will, sondern es ist einfach eine reine wirtschaftliche Kennzahl und man schaut, wo verdiene ich mehr Geld. So, das heißt am Endeffekt, es geht also, wenn wir das mal so recherchieren, nicht immer nur darum, dass wir ein Top-Verkäufer sein müssen, wobei das natürlich nicht schadet. Es geht nicht immer nur pauschal darum zu sagen, wenn Amazon gegen Amazon konkurriert wird, dass wir da generell nie die Buybox hätten, aber by the way, trotzdem, ich habe es ja gerade gesagt, nur das bitte auch richtig verstehen, nur weil man als Zweitbilligster und eben deswegen auch teurer wie Amazon die Buybox erlangen kann, bedeutet das trotzdem nicht, dass es zielführend wäre. Denn aus Amazon-Sicht, ich habe es ja gerade vorgerechnet mit diesem Mehrverdienst, ist das sehr, sehr, sehr smart und sehr zielführend. Für mich als Dropshipper bedeutet eine Konkurrenz gegen Amazon auch als Zweitteuerster. Das sind ja Set-Beträge in der Regel, die das ausmachen. Trotzdem eigentlich eine Kack-Marge und ob es sich deswegen aus Dropshipping-Sicht lohnt, ich denke eher nicht. Gut, das heißt, wir müssen noch weitergehen. Wenn wir also sagen, die am häufigsten angewandte Preisstrategie ist, unterhalb des niedrigsten Preises zu liegen, das müssen wir uns nochmal verinnerlichen, das ist es bei dieser Erhebung von diesen Daten, die von diesen anderen Händlern an der Südwunf im Rahmen dieser Studie, von diesen Leuten, die das ausgewählt haben, diese Professoren, da hat man Erkenntnis, dass die Ergebnisse folgendes sehr deutlich zu Tage gefördert haben, nämlich, dass Amazon nicht zwingend unter dem Preis anderer Verkäufer liegt. Auch das ist etwas, das heißt, Amazon ist nicht unbedingt immer der günstigste, auch das ist ein Stück weit ein Irrtum. Und deswegen müssen wir da nochmal ein bisschen genauer nach Hagen abschließen, die Rolle von Amazon als Verkäufer. Amazon dominiert, das ist ganz klar, den eigenen Markt und vor allen Dingen natürlich die eigene Plattform. Da gibt es auch immer wieder irgendwelche Reden, dass es da ein bisschen zu überkompensiert und so weiter, das ist schon klar. In diesem Beobachtungszeitraum von dieser besagten Studie zum Thema Buybox, von dem wir gerade gesprochen haben, ist es aber so, dass in 75% der meistverkaufsten Produkte, und jetzt ist es sehr spannend, dass die Buybox eben nicht an Amazon ging, sondern an die konkurrierenden Nicht-Händler, also an die Nicht-Amazon-Händler, im Sinne einer Nicht-Achtung-Repricing-Strategie. Das ist also sehr, sehr entspannend. Das heißt, selbst mit einer ganz staatlichen Preisthematik, mit einem ganz normalen Preis, der einfach konkurrenzfähig war, hat man auch die Buybox bekommen. Das heißt, es ist also tatsächlich nicht so, dass man immer Top-Overrated sein muss, es ist tatsächlich nicht so, dass man unbedingt FBA-qualifiziert sein muss, und da ruhig natürlich auch nicht Prime-zertifiziert sein muss, also das ist kein Vorteil, das ist darauf will ich hinaus. Also Prime ist toll, aber es ist nicht unbedingt ein Vorteil für die Buybox. Es schadet auch nicht, aber auch FBA, das ist ja die Konkurrenz von Dropshipping, ist jetzt auch nicht unbedingt besser wie Dropshipping. Wir stehen da auf Augenhöhe. Will man vielleicht nicht hören, ist aber Fakt. Und eben auch, wie gesagt, wenn man nicht der günstigste Preis ist, kann man trotzdem die Buybox gewinnen. Und, auch wenn man keine Repricing-Strategie hat, sondern einen staatlichen Preis, haben wir ja schon eingangs gehört, kann man trotzdem die Buybox gewinnen. Also, man muss es schon mal sagen, das ist eine ganz spannende Erkenntnis, und hat vielleicht viele Dinge zu Tage geführt, die man so in der Form gar nicht kannte. Das heißt, wird die Buybox bei bestimmten Artikeln hingegen von einem Repricer-Verkäufer, also einem Verkäufer, der Repricing verwendet, eingesetzt. Dann ist es so, dass Amazon in rund 88% der Fälle in den Top 5 der Sellern aufsteigt. Also im Sinne der Rolle, was Amazon als Verkäufer einnimmt. Das heißt, Online-Händler, die einen Repricer einsetzen, erhalten am Endeffekt mehr Response, mehr Aufmerksamkeit, im Gegensatz zu Leuten, die nicht repricen, aber Leute, die nicht repricen, kriegen trotzdem die Buybox. Also auch das, wie gesagt, nochmal ganz wichtig. Es ist kein Zwang zu repricen. Warum das Ganze aber so ist, wie es ist, das kann zweierlei Gründe haben. Zum einen, die Verkäufer haben ein höheres Umsatzvolumen. Das dürfen wir natürlich nicht irgendwie vergessen. Wenn ich dynamisch reprice, habe ich natürlich in der Regel ein höheres Umsatzvolumen. Das liegt auch daran, dass nur Leute, die mit einem entsprechenden Umsatzvolumen ausgestattet sind, sich Repricing-Software leisten können. Es gibt zwar günstige Einstiegsmöglichkeiten, dennoch ist eine richtig gute Repricing-Software, langfristig eine Investition und viele, die ganz am Anfang stehen, sich mit dem ganzen Thematik verkaufen, auf einmal vertraut machen, die haben dann andere Probleme außer dynamische Preise. Sprich, die greifen auf so eine dynamische Preiserpassung gar nicht zurück, auch wenn sie natürlich zielführend sein kann. Und zweitens gehen erfolgreiche Verkäufe aktiver, proaktiver voran. Wenn es darum geht, Kundenfeedback einzuholen, denn Kundenfeedback ist wichtig. Das heißt, wir brauchen da eine Strategie, eine Art Upselling-Strategie, um zu sagen, hey, lieber Kunde, danke für deinen Einkauf, möchtest du mich bitte bei Amazon bewerten? Diese Erfahrung hatte ich früher schon und die zeigt sich auch 2020 noch immer. Die Leute bewerten bei Amazon nach meiner Erfahrung eigentlich gefühlt fast nie. Sie bewerten eigentlich immer nur, wenn es ein Problem gibt und das ist genau das Riesenproblem, was viele haben. Viele machen einen sehr guten, sagen wir wirklich, einen sehr guten Job und da hast du vielleicht tausend Verkäufe und du kriegst aber nur vielleicht zehn Bewertungen und das ist das Riesenproblem. Und wenn du von diesen zehn Bewertungen dann noch ein paar negative reinkriegst, ist das eigentlich verkäufertechnisch schon wieder richtig bescheiden. Dennoch muss man das Ganze eben so betrachten, wenn man einen Repriser einsetzt, kommen tendenziell mehr Feedbacks zurück. Aber nur weil mehr Feedbacks zurückkommen, das liegt dann weniger an dem Reprising, so behauptet ich, sondern eher tatsächlich daran, dass eben in Summe mehr Leute auch gekauft haben, also das Umsatzvolumen deswegen höher ist und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, wenn mehr Leute kaufen, dass auch mehr bewerten einfach höher und eben, dass man proaktiv das Ganze kommuniziert. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Sensibilisierung, ein Stück weit an der Schulung, die damit einhergeht. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist eine Repricing-Software beziehungsweise ein Seller, ein Händler, der Repricing verwendet, immer erfolgreicher beim Gewinnen dieser Buybox? Wir haben ja schon gesagt, es ist auf keinen Fall zwingend so, das hat man also gezeigt. Es ist nicht zwingend so, aber es gibt und jetzt kommt Ausnahmesituation und das ist kategoriespezifisch, da hat man wirklich gesehen, da ist das wirklich der Fall. Das heißt, ich würde es differenzieren. Ich würde also nicht der Anhänger sein der Studie und sagen, ja, es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall, jeden Fall, ich betone das so, weil den teile ich nicht. Ich würde sagen, eine Repricing-Strategie und die empfehle ich zum Beispiel auch schon länger in meinen Büchern bei unserer Video- und der Marktplattform, die ist auf jeden Fall zielführend und sie kann die Buybox-Wahrscheinlichkeit, die Sichtbarkeit der Buybox erhöhen. Kann, aber nicht in jedem Fall, haben wir ja schon auch gerade drüber gesprochen. Es gibt Kategorien, gerade in diesem ganzen Haushaltswagen, Gadget, das ist nämlich so dieser typische Ali-Express-Rotzer, da wo viel Wettbewerb ist, da macht das auf jeden Fall Sinn, dass ich eine Repricing-Software anbiete. Da ja, in diesen Fällen ja, da hat es auch dann eben auch die Studie gezeigt, ja, das macht Sinn, aber diese Art von Produkte, die derart umkämpft sind, dass ich so eine krasse Repricing-Software zwingend brauche, würde ich eher gar nicht verkaufen. Das ist nämlich genau das, was ich vorhin sagte. Ich würde auch nicht immer mich gegen Amazon benchmarken, weil ich das grundsätzlich als falsche Strategie erachte. Als Jobschieber würde ich deswegen auf den Longtail gehen, würde die Nischen besetzen, aber ich würde nicht immer permanent einen Kampf gegen den Marktführer führen und ich würde deswegen auch nicht immer mehr Kosten in die Repricing-Software zwangs investieren, weil am Ende steigt immer mehr der Kostendruck. Man ist so fokussiert auf die Buybox, dass man im Endeffekt vielleicht das Wesentliche, das echte nachhaltige Geschäft, den Kunden, um das, wo es eigentlich geht, aus dem Sinne verliert. Und da hast du vielleicht größere Umsätze, hast aber fast keine Marge. Und mit diesem Fazit möchte ich auch das Video schließen. Die Buybox bei Anderson ist wichtig. Ohne die Buybox, ganz grundsätzlich, verkaufst du gefühlt eh nichts. Also du kommst nicht drum herum, sie zu haben. Aber du solltest dich nicht so von ihr einnehmen lassen, nicht so von ihr fokussieren lassen, dass du dein gesamtes Sortiment Buybox optimierst, im Sinne von, dass du nur Produkte reinnimmst, so wie das die FBL-Verkäufer machen, die dann nur diese Winning Products reinnehmen und die auf Lager legen. Und da ist es vielleicht sogar begründet, weil die gehen ja in finanzielle Vorleistung. Die sich dann eben gut verkaufen. Das würde ich so eben nicht machen. Nicht als Dropshipper. Also lasst uns wirklich da uns tief durchatmen, lasst uns tief entspannen und sagen, okay, wir sind bereit, dass wir auch ein Stück weit Kompromisse eingehen, uns ein bisschen mit einem Longtail-Sortiment begnügen, in die Masse gehen, in die Nische gehen und dann eben unseren Vorteil als Dropshipper ausspielen. Und wir müssen uns nicht mit dem Preiskampf messen, weil das ist gewiss nicht der Vorteil von Dropshipping. Dafür sind die Marge in der Regel zu bescheiden. Tja, in dem Sinne danke ich dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte helfen. Und falls du eine Meinung hast, darfst du gerne dieses Video kommentieren, denn mich würde es natürlich auch interessieren, wie deine Erfahrungen sind mit einer A, Rebricing-Software und B, natürlich auch im Gewinnen der Buybox im Allgemeinen. Welche Erfahrungen du schon gemacht hast mit Amazon in diesem Zusammenhang. und bis zum nächsten Mal.